Sao Paulo in Brasilien ist eine lebendige und pulsierende Stadt, die Touristen und Reisenden einzigartige Erlebnisse bietet. Als größte Stadt Südamerikas ist Sao Paulo ein Schmelztiegel der Kulturen und bietet eine breite Palette an Attraktionen und Aktivitäten. Für Reisende, die Sao Paulo besuchen möchten, können Drohnenaufnahmen ein wertvolles Hilfsmittel für die Recherche und Reiseplanung sein. Durch die Betrachtung von Videos aus der Vogelperspektive können sich Besucher ein Bild von den Sehenswürdigkeiten und dem Aufbau der Stadt machen. Das Stadtbild von Sao Paulo ist geprägt von moderner Architektur und belebten Straßen. Es gibt viele Attraktionen, von der berühmten Avenida Paulista bis zum historischen Stadtzentrum. Besucher können sich auch an den schönen Parks und Grünflächen erfreuen, die über die ganze Stadt verstreut sind, wie zum Beispiel der Ibirapura Park. Sao Paulo ist nicht nur ein Geschäftszentrum, sondern auch ein kultureller Hotspot. In der Stadt gibt es zahlreiche Museen, Kunstgalerien, Theater und Musikveranstaltungen für jeden Geschmack. Ob Sie sich für zeitgenössische Kunst oder traditionelle brasilianische Musik- und Tanzaufführungen interessieren, in Sao Paulo ist für jeden etwas dabei. Sao Paulo ist aufgrund seiner liebhaften Tourismusindustrie zu einem beliebten Ziel für in- und ausländische Reisende geworden. Besucher können zahlreiche Attraktionen wie Kunstmuseen, Parks und lebendige Stadtviertel erkunden. In der Stadt finden das ganze Jahr über zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt, darunter Musikfestivals, Kunstausstellungen, Theateraufführungen und vieles mehr.